Okay, aufs Maul? Immerhin habe ich hier noch Redeploy gefunden, sonst wäre ich jetzt glaube ich ein bisschen tot. Rein in den Strudel. So, ich habe es auf jeden Fall gleich, ja? Wait. What? Hä? How the fuck bin ich gerade gestorben? Ich hatte da noch 8 HP oder bin ich jetzt gerade komplett behindert? Ich hatte da noch 8 HP oder bin ich jetzt gerade komplett behindert? Guckt euch das an. Was ist das? Also entweder war ich gerade das absolute Mathe-Kind oder das Spiel hat rumgebackt. Ich denke mal, ich war Mathe-Kind. Alter, das ist geil. Thanks for the loot. Thanks for the loot. Na? Auf die Fresse! Das war schön. So, Abfahrt jetzt aber. Komm. Ich will ja da die, ne? Die Sairooche nehmen. Auf in den nächsten Kampf, Alter. Was los, Alter? Fortnite spielen. Warum nicht? Ja, was denn? Ja, ich nehme gerade auf, Alter. Was nimmst du denn auf? Ja, ein Fortnite-Video. Ja, was denn? Ja, einfach nur ein... Oh, moin. Da sind welche. Aha! TTV-Eier. Alter, ich hab's nämlich stören zerpflückt. Da kam richtig die Masse aus seiner Stirn, wirklich. So, wo schießt mich denn jetzt die andere ab? Komm her! Ich will dich tot sehen! Boom! Legt euch nicht mit mir an, ihr Wichser! Aber wie kann man so kassieren, Alter? Klickt jetzt auf, Alter. Tschüss! So, das war kurz Business Call. Ihr kennt doch... Ihr kennt das Prozedere mit berühmten Leuten, ne? Leute! Das nenne ich Freiseid. Das verstehe ich unter Freiheit. Leute, wir gewinnen das Spiel. Hallo! So, Jungs. Ich hab das gewisse Etwas im Blut gerade, ja? Da kommt noch was. Da passiert was! Nein! Ich würde sagen, das soll es auch von einem kleinen Fortnite-Video heute gewesen sein. Ich versuche, das ein bisschen zu wiederholen. Aber ihr wisst ja, wie meine Versprechen sind. Meine Versprechen sind so viel wie ein Versprechen eines Lehrers in der Schule, während er dir verspricht, dass irgendwas nicht in der Klausur ankommt und... Aber du kommst dann zur Schule und dann... Kommst doch dran und dann merkst du, dass das Versprechen gar nicht so... Ne? Und dann... Aaaaaaah!